Oh, das Game rauskam. So ein Jahr danach. Das war so geil. Ja. Ist dir einfach richtig gut. Oh, das wird ein Multikill-Arsch. Scheide, ich kann nicht. Arsch machen vom Eintrag. Oh, Potter, Junge! Wo ist der? Keine Ahnung! Oh mein Gott! Das war, glaube ich, die schnellste Runde, die wir seit langem hatten. Oh mein Gott! Das war süß! Diese Runde. Hey Jungs, was ist jetzt gerade passiert? Ich weiß, es war einfach vorbei. Das war die schnellste Runde, glaube ich, die wir seit langem hatten. MEIN! Oh mein Gott, Junge! Ich hab nur umfallende Körper gesehen! Ich wusste gar nicht, was abgeht! Guck mal! Scheiße, Junge! Ich hab nur umfallende Körper gesehen! Ich geh down die... Ey, zuerst geht die Twitch down, geh ich down! Du hast voll den Vorwärtssalto über der Reling gemacht, Junge! Jungs, sag dazu Reling, Alter! Keine Ahnung! Ich wechsele das Magazin! Duck dich, Potter! Ja! Ja! Der ist nicht, Marvin! Ach, schau mal, das ist jetzt mein Arsch! Tut mir leid! Na, guck mal, die Finca steht da still rechts in der Ecke, die Schlampe, die Elendige! Ich probierf den Zipir in Geto Barbo! Was heißt rechts in der Ecke? Nein! Er ist einfach rechts outside! Warte, Marvin, kill den nicht! Der Maid soll linken! Boah! 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 Warte, war mal hinter mir! Unser Maid stellt die ganze... Unser Maid stellt die ganze... Ich hab auch gesagt! Im Ops! Okay, Mossys und Mainst das! Oh mein Gott, mein AIM! Noch gar nicht weiter! Boah! Oh, die ADS-Time, Junge! Kommt rum! Kommt rum! Kommt rum! Kommt rum! Kommt rum! Ja, ja, ja! Letzter Echo! Ich denk mal Badezimmer, oder? Oh Mann! Wie viele Drohnen haben wir denn hier? Würde ich nicht sieben Sekunden zum Aimen brauchen? Hätte ich hier auch noch gehabt! Also Frost auf den Reunjumps! Ohhhh! Junge, Glass war's können! Er hätte ein Headshot sein können! Du kannst mit Glass schneller Aimen als ich mit Ash, Junge! Wie heißt das echt? Ich glaub ich muss mich verpissen, ja! Und Männer, wie läuft? Warte, warte! Es läuft, guck, guck, guck! Ja! Schade! Das lassen wir so stehen! Kann man nichts gegen machen! Sag dir was es ist, kannst du da nichts gegen machen! Wir haben nicht mal gebreacht, Junge! Ach, ich hab keinen Bock mehr eigentlich auf das Geilme! Ich hab richtig Bock! Ohhhh! Hier! Ja, er wiegt die Kontakte gegen die Wand nicht, die Wand nicht, die zu einem Mab nicht geht! Anja, hab's bitte raus! Ich kann nicht! Oder! Im Spawn, im Spawn! Was kennt mich? Bitte, komm! Hast du's gesehen? Nein! Oh mein Gott! Aber ich hab ja genau so gesehen! Okay, Junge! Sorry, dass du schlafen gehen musstest! Nein! Mann! Was ist denn wieder mit unseren Randoms los? Aber wieso kriegen wir immer solche Randoms? Und die Gegner sind immer so! Machen Unwahl! Warte! Das ist mein nicht! Ach, Mann! Einer ist unten! Garbage, Tor! Glaube ich halt auch! Ach, ich hab den... Ach, ich hab den... Ich schreit doch nicht so! Yo, was ist das für EMPs, Mann! Ich brauch hier nicht zu EMP'ed! Ohhhhhhh! Ich hab keinen bei uns halt, aber keiner ahnung wo die Frost ist. Einer am Bett? Der andere? Bett und Construction. Der hat den Wohlius jetzt gesehen. Schöööön Junge! Ist noch nicht anders. Guck mal was ich da für nen Angle hatte. Weg mit der. Guck mal, kommen doch Schüsse aus der Wand. Joooooo! Oh! Ja, der hält nen Pixel an... An Nebula's Reinfor... keine Ahnung. Das Reinforced und dann hält der da nen Pixel durch. Die Runde. Schwer ist, er hat nen Leute Beine in dem Game, ne? Das ist ein echt geiles Game. Das ist hinter dieser Älter der Tresen, oder wie das da heißt. Junge, was macht er mit der Bosschi? Der war hinter diesem... Weißt du was ich meine? Der andere ist close bei dir. Der ist tot. Nur noch die Frost, I don't know. Oho! Ich weiß nicht, dass du so am chillen bist. Die Frost, Junge, die Frost sieht komisch aus. Die Frost war schon tot. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß, Junge. Oh, das war der Kapgarn. Bhan und Fuse sind richtig low. Wo denn? Äh, draußen bei Furetch. Könnt ihr auch wenn mich auszudrohnen bitte? Das wäre sehr nett. Ja, ja, vor der Dorn. Bei Bhaner. Das war Furetch. Und, hat das Drohnen was gebracht? Ich weiß nicht, dass auf dem Dach einer ist. Kann er nicht, ich kann nicht rüber. Oh, keine Ahnung wie ich den geholt habe, bin ich dir ehrlich. Das war ekelhaft. Wo ist der denn? Äh, Strollscher, oder? Pass auf! Oh, oh, sorry. Ich wollte dich trollen, aber... Ich hab ihn gefunden. Ach du Kacke. Oh, 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 oh. Irgendwann. Und Potter ist noch nicht rausgeflogen. Ja, ne? Ich hab's gejinxed. Ja, wo guckt man da? Da, guck mal hin. Ja, hängen die Rappeln. Oh, oh, oh. Wo guckst du da schon durch? Warum ist das hier eigentlich so pink? Ich hör ihn nicht, hier ist einfach Red Stars. Warte auf. Red Stars. Okay. Da ist keiner draußen, Marvin. Ich weiß, aber er kommt doch Red Stars hier lang. Nein, der ist runtergegangen. Ja. Jetzt kommt er gleich rüber. Äh, jetzt der unten. Wunderbar, Junge. Construction. Oh, da kommt Süß. Oh, ich hab's getäubt, Junge. Wie läuft das bei manchen Streamern? Mit nur Kids werden rausgeworfen. Bei manchen ist das so. Da bin ich überhaupt. Junge, ich hab'n ja im Kopf. Weiß ich, wie man das genau triggert. Das fack ich halt richtig. Ja, keine Ahnung. Beim Bagger, irgendwie fliegt man dann über die Map oder so. Aber ich hab's nicht, ich hab's, ich hab's, ich schaff's nicht. Oh, 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 oh. Reloading! Das ist auch, Digga. Ey. Mann. Er sitzt on-spot in der Eck, ja. Aber ich hab'n rechte Seite. Wir haben Kapkan. Nein, Digga. Oh, hä? Wo? Digga, das war... Der ist halt schon voll dry out. Ich dachte, die ist voll schlecht. Beschreib mir, wo? Genau links. Links, links. Link ist Cocktail-Hawler. Ja. Da liegt der Boden. Du siehst deinen Laser. Du siehst deinen Laser. Du siehst deinen Laser. Der liegt am Boden. Am Boden. War da links unten. Das ist wieder sein Laser. Der steht Klaus, glaub ich, oder? Ja, ist Klaus links. Ja, ist Klaus links. Ja, ist Klaus links an der Tür. Was? Du bist ein Bastard, Junge. Ich hab' man... Solche Gegner, ne? Die schlimmste Gegner, die man haben kann. Wirklich. Du hast doch gesagt, der liegt am Boden. Passt es nicht. Das würde ich so zocken. Der hat sich nicht bewegt. Ah, ich war mit Lucia-Dinge. Ist der wirklich? Oh! Oh mein Gott! Auf den Tresen, auf den Tresen. Oh Mann. Digga. Ja, halbe Weltreise. Ich dachte eben. Was? Wir haben da den Kopf erwischt. Hallo? Ich kann blend'n. 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 Okay, okay. Kommt hinter mir. Kommt hinter mir. Lass uns alle verstecken. Ja, hier. Hi. Okay. Das ist kein Werder. Ich weiß Frost. Kacke, Mann. Ich bin nur noch Plastifle-Übungen. Hahahaha. Oh, Alter. Schlafen liegt. Tell may we. Also was vai. You gotta be.